Das Bergfilmfestival hat natürlich eine Bedeutung für die Bevölkerung. Durch dieses Festival können wir immer mehr Menschen ansprechen für den Sport, für den Bergsport. Und das ist natürlich auch insgesamt für die Menschen von großer Bedeutung, weil der Bergsport, Bergwandern, Bergsteigen, Klettern ist etwas vom Schönsten, was der Mensch erleben kann. Und man kann sich ja nur darüber freuen, wenn möglichst viele Menschen, immer mehr Menschen sich dafür interessieren. Es ist eine der zentralen kulturellen Veranstaltungen, die wir haben. Ich meine, wir haben ja ein reges Kulturleben, aber das Bergfilmfestival hat jetzt schon eine zentrale Stellung bekommen. Im, sag ich mal, in dem kulturellen Bereich, der zeitgenössisch ist, aktuell. Während wir sonst sehr stark sind im traditionellen Bereich Volksmusik und auch Klassik, Klassik und Kirchenmusik. So, und das ist jetzt ein weiteres Standbein, was sich hier entwickelt hat. Neun Jahre und immer mehr gefestigt und wir gehen mal davon aus, dass es die nächsten zehn Jahre so weitergehen wird. So, und das ist jetzt ein weiteres Standbein, was sich hier entwickelt hat. So, und das ist jetzt ein weiteres Standbein, was sich hier entwickelt hat. So, und das ist jetzt ein weiteres Standbein. Vielen Dank.